Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch. Und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich hab vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Das ist das Regeln. Sicherheitsprotokolle in den Kraftkampf. Das Imperium wird den Sternzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meine Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas ähnliches mit dem Sternzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Vetsch das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird. Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Star-Hawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Grundgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruft Banggood für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen. Hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vengard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, was mit der Victorum passiert ist. Und Kyo hatte eine... äh, wie nennst du es noch gleich? Es ist nur ein Gefühl, Frisk. Mehr nicht. Und was sagt dieses Gefühl? Ich glaube, das Imperium ist schuld. Die haben bestimmt den Hyperantrieb sabotiert, bevor unsere Soldaten das Schiff übernehmen konnten. Ich weiß, das klingt abwegig, aber... Kyo hat meistens einen sechsten Sinn für sowas. Hör nicht auf ihn, das ist doch keine große Sache. Auf Muriel wurden wir gelehrt, die Macht zu respektieren und ihr zuzuhören. Ich kann sie nicht einsetzen, so wie es andere konnten. Aber manchmal... spüre ich gewisse Dinge. Ich spreche nicht gerne darüber. Heutzutage weiß mir nicht, wer gerade zuhört. Aber mal was anderes. Wann hast du eine Vorahnung über die Corellianische Lotterie, hm? Ist das dein Ernst? Wir stehen kurz vor einer Rettungsmission und du denkst nur an Credits? Hey, ich mein' ja nur, solltest du irgendwelche Zahlen spüren, sag einfach Bescheid, okay? Vielleicht bedeuten sie irgendwas. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Was ist denn hier passiert? Egal, der Sternenzerstörer hat Probleme. Vanguard, schön euch wiederzusehen. Glaubt ihr, ihr könntet diese Bomber fernhalten? Wir sind dran, Victorum. Durchhalten. Fünf, fang diese Thai-Bomber ab. Wir müssen der Mannschaft mehr Zeit verschaffen. Rizk und ich kümmern uns um die restlichen Jäger. Wir sind dabei. Victorum, diese Bomber nähern sich schnell. Ihr solltet vielleicht die Turbolaser aktivieren. Die Reionwaffen haben unsere Systeme deaktiviert. Bevor ihr da wart, waren die schutzlos. Verstanden. Wir setzen den Bomber vor ein Ende. Lass mich nicht von ihr die Urwaffen fern. Ja, aber es sei unter Herbstzug oder schlimmer. Ich sehe dir bei. Nein, sie haben mich verpasst. Die Bomber haben keine Schau. Ich sehe dir bei. Wir sind am Heck. Immer weiter so! Alle Bomber zerstört. Gut, wir brauchen nur Zeit für das System. Wir brauchen nur Zeit für das System. Macht schnell! Imperiale Shuttles kommen zu euch! Haltet sie auf Distanz! Wenn uns nur ein Imperiales Shuttle erreicht, war's das für uns! Ihr habt's gehört, Vanguard! Fangt diese Shuttles ab! Wir sollten uns aufteilen! Ich bin bei dir! Zerleg dieses Ziel! Okay, du nimmst das andere Shuttle! Gute Arbeit! Wölferter Shuttle! Ja, Gas in die Luft! Schießt die Shuttles ab! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Sensoren zeigen zwei weitere Imperiale Shuttles! Sie wollen uns flankieren! Sie ist da drauf! Die Shuttles dürfen nicht zum Sternenzerstörer! Ja, Gas in die Luft! Ja, Gas in die Luft! Ja, Gas in die Luft! Fließe mich dir an! Hervorragend! Da kommen noch mehr Shuttles! Mit heiß im Schlepptauch! Schießt da drauf! Es darf kein einziges Shuttle an Mavic Tome antworten! Er leidet gerade Schaden! Hör auf damit! Ein Shuttle übrig! Ein Shuttle reicht Ihnen! Verleg dieses Ziel! Dieses Shuttle ist ziemlich nah! Das war's mit den Imperialtransportern! Das war das Land der Shuttle! Gerade rechtzeitig! Systeme laufen! Zeit den Hyperantrieb zu reparieren! Schafft uns Zeit und erledigt die Trägerschiffe des Imperiums! Ich rufe Y-Flügler Unterstützung! Sie fliegen einen Bombenangriff auf die Trägerschiffe! Lasst keinen TIE-Jäger in ihre Nähe! Gut! Die Y-Flügler sind da! Vanguard, wenn unsere Bomben verlieren, war es das für uns! Schaltet die TIEs aus! Ich löse mich, um ihre Jäger abzufangen! Ich unterstütze unsere Bombenverstärkung! Schaut hinter euch! Die TIEs haben Raketen! Zur Seite und bereit! Schaut hinter euch! Schaut hinter euch! Die TIEs haben vorgelegt! Fünf! Bein an deinem Heck! Erledige das! Du hast ein Ziel! Jetzt schieß es ab! Ein Trägerschiff, weniger! Guter Start! Und das zweite Trägerschiff geht in Flammen auf! Vollgemacht, Vanguard! Die Fahrtrieb ist fast bereit! Könnt ihr uns noch etwas mehr Zeit verschaffen? Keine Sorge! Vanguard hilft euch aus! Staffel, die restlichen Ties ausschalten! An deiner Seite! An deiner Seite! Noch ein wenig länger! Stärkst nicht, wenn ich mitfliege! Fließe mich der Formation an! Das war der Letzte! Euer Timing könnte nicht besser sein! Wir sind fast fertig! Unsere Bomber sind hier raus! Danke für die Unterstützung! Wir führen einen letzten Test durch, Vanguard! Verteilt euch und haltet Wache! Tolle Flugmanöver vorhin, Kiyo! Den Drift musst du jetzt auch dem Rest der Staffel beibringen! Soll ich dir was zeigen? Ich warte erstmal ab, ob Fünf das hinkriegt! Okay, folge mir! Ich hab's auf der Koushi-Sternstrecke gelernt! Erst leitest du alle Energie in deine Triebwerke und fix so schnell du kannst! Vertraue mir! Hol alles aus den Triebwerken raus! Es lohnt sich! Ja, jetzt grillen wir die Brücke der Victoire! Gleich kommt der Boost! Boost ist bereit! Hau rein! Ja! Du hast was drauf, Fünf! Hey! Wer heizt hier unsere Brücke ein? Diesen Rebellen wird das Imperium jetzt nie erwischen! Entschuldigt, Leute! Ist alles zum Wohl der Neuen Republik! Ich, äh... Übe das Driften später! Ohne Zuschauer! Vipan-Trieb ist einsatzbereit, Vanguard! Sollen wir uns aus dem Staub machen? Sammeln uns an eurer Position, Victorum! Schließe mich dir an! Alles klar, Victorum! In Position! Wo geht's hin? Der Ort ist geheim! Haben euch gerade die Koordinaten gesendet! Erwischt! Dann mal los jetzt! Vipan-Trieb! In drei... Zwei... Eins... Los! Äh, was? Der Über-Antrieb hat wieder versagt! Nein! Oh, Mann! Wir müssen sofort dorthin! Stört's nicht, wenn ich mitfliege! Ich weiß nicht, was los war! Alles nicht super! Und dann fielen die Systeme einfach aus! Klingt ganz so, als wäre euer Maui-Nullifikator blockiert! Setzt das System zurück und startet es neu! Das sollte helfen! Noch mehr imperiale Schiffe! Die müssen ihren Sternzerstörer sehr vermissen! Nein! Sie wollen ihn zerstören! Können Sie sich noch etwas beschäftigen? Wir werden jetzt niemanden im Stich lassen! Alles oder nicht, Bangor! Beschützt die Victorum! Einer weniger! Das dauert zu lange! Erzähl mir nicht, dass dich das überfordert, Frisk! Niemals! Ihr tut nur langsam der Finger am Abzug weg! Erzähl mir nicht! Erzähl mir nicht, der Formation an! Ja, Gas in die Luft! System-Neustart wird eingeleitet! Wie lange wird das dauern? Länger, als wir wie wissen! Ein Radar zur Verstärkung ist hier! Richte deine Katunen auf den Radar! Das sind zu viele Jäger! Ich bin froh, dass du hier bist! Ja, ich bin froh, dass du hier bist! Ja, ich bin froh, dass du hier bist! Ich bin froh, dass du hier bist! Wie lange noch? Transkondensator wird ausgerichtet. Ist doch verständlich. Fast die Hälfte. Danke sehr. Feindliche Verstärkung im Anflug. Sie sind hinter mir. Die Abwehr vom Halt wird. Das ist nicht mehr. Genau. Wir haben es mit der Venkans-Stanzel zu tun. Das ist nicht fair. Für das Imperium. Verdammt, das hat gesetzt. Zerliki des Ziel. Die Körner der Rekord sind einsatzbereit. Sie sind hinterfassend im Versuch. Interfassend im Versuch. Die Körner der Rekord sind einsatzbereit. 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 Körner der Rekord sind einsatzbereit. Okay, super. Mach einfach. Das war's. Wir müssen hier weg. Von denen müssen noch irgendwann die Schiffe ausgehen, oder? Bestimmt nicht. Okay, Mirianne, nein, nein, nein. Jetzt oder nie? Los, fall wir auf. Los jetzt, fünft! Hier versteckt der Boss also sein Geheimprojekt. Wer begibt sich bitte freiwillig so nah an den Ringali-Nebel? War vielleicht der Gedanke dabei? Das nenne ich mal ein Kampfchef. Darum haben wir imperiale Städte gesammelt, um das hier zu bauen. Wir nennen es Starhawk und es wird uns dabei helfen, den Krieg zu beenden. General Syndulla. Hallo Vanguard, willkommen in der Nadiri-Werft. Ich würde euch ja gern herumführen, aber das Imperium ahnt schon, dass wir etwas vorhaben. Sie werden nach uns suchen. Das heißt, dass wir Arbeit vor uns haben. Ein alter Feind ist wieder aufgetaucht. Ein Spion hat die Angriffe auf unsere Sternenzerstörer mit Projekt Starhawk der Neuen Republik erklärt. Die Gemeinsamkeit ist Lyndon James. Sie kannten ihn besser als jeder andere, Captain Carol. Wäre das wahr, dann hätte ich ihn zerstört und zwar vor der Sache bei Foster Haven. Das ist Ihre zweite Chance. Die Rebellen sind untergetaucht. Mit der Titan-Staffel spüren Sie diesen Starhawk auf und eliminieren ihn. Sicher, Admiral Sloane. Aber mit Verlaub. Es gibt ja jemand Bestimmtes, den ich gern anfordern würde. Grey, bitte melden. Stimmt es, dass wir einen Neuzugang bekommen? Bestätigt so. Captain Carol bringt wen für die Jagd auf. Den Dreck, der unsere Schiffe stiehlt? Gut, je mehr, desto besser. Ganz ruhig, One-Rack. Du weißt noch, wann du das letzte Mal ausgerastet bist. Als ich eine ganze Rebellen-Staffel erledigt habe, um dir den Hals zu retten. Ben hat recht, bald es für dich soll. Und One-Rack, mach dir etwas für den Feind auf. Overseer und Titan, beendet die Inspektion. Euer Neuzugang ist eingetroffen. Du bist also unser Neuzugang. Willkommen in der Titan-Staffel. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer. Sie erwarten dich schon im Besprechungsraum. Mach mal einen guten Eindruck. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer.